Hey Monika, hast du gehört, dass Erik wieder Single ist? Wirklich? Nein, das habe ich nicht gehört. Was ist passiert? Ich denke, sie hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen davon, wo ihre Beziehung hingehen sollte. Erik war sehr daran interessiert, sich niederzulassen, aber seine Freundin war noch nicht bereit dafür. Ja, das stimmt. Ich werde ihm eine Nachricht schicken, um ihm zu sagen, dass ich für ihn da bin, wenn er jemanden zum Reden braucht. Aber ich hoffe, dass er bald wieder glücklich sein wird. Das ist wirklich schade. Ich dachte, die beiden wären ein gutes Paar. Wie geht es Erik damit? Ich denke, er wird es sein. Er ist ein toller Kerl und es gibt da draußen sicher jemanden, der besser zu ihm passt. Ich muss zugeben, dass ich schon immer etwas für Erik übrig hatte. Aber ich wollte nicht in ihre Beziehung hineinplatzen. Jetzt, da sie getrennt sind, ist es vielleicht eine Chance für mich, ihm zu zeigen, dass ich Interesse habe. Das verstehe ich. Aber denkst du nicht, dass es zu früh ist, um auf ihn zuzugehen? Er braucht vielleicht noch etwas Zeit, um über seine Beziehung hinwegzukommen. Ja, das stimmt. Ich möchte nicht wie jemand wirken, der darauf wartet, dass er Single wird. Ich denke, ich werde ihm einfach Zeit geben und in ein paar Wochen vielleicht mal mit ihm ausgehen. Das klingt vernünftig. Ich bin sicher, dass Erik es schätzen wird, dass du Rücksicht auf seine Gefühle nimmst. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja etwas zwischen euch. Ja, ich hoffe es. Aber wenn nicht, dann ist das auch okay. Ich will nicht riskieren, unsere Freundschaft zu gefährden. Verständlich. Aber ich drücke euch die Daumen, dass es klappt. Aber wenn ich wirklich seine Aufmerksamkeit erregen will, muss ich mich etwas sexy kleiden und vielleicht auch ein neues Make-up ausprobieren. Das ist eine gute Idee, aber du solltest nicht vergessen, dass du dich immer noch wohlfühlen solltest. Verkleide dich nicht nur für ihn, sondern auch für dich selbst. Ja, das ist wahr. Ich werde mir etwas aussuchen, das ich gerne trage und das mir auch Selbstvertrauen gibt. Aber ich muss zugeben, dass ich ein wenig nervös bin. Ich habe so lange versucht, ihn nicht anzumachen, dass ich nicht sicher bin, wie ich das machen soll. Das kann ich verstehen. Aber denk daran, dass Erik dich bereits kennt und mag, also musst du nicht komplett anders sein. Sei einfach du selbst und betone deine natürlichen Vorzüge. Okay, ich werde es versuchen. Aber wenn du irgendwelche Tipps oder Ratschläge hast, lass es mich wissen. Natürlich. Ich stehe dir gerne zur Seite. Aber ich denke, du wirst großartig aussehen und dich großartig fühlen, egal was du trägst. Hey Paula, ich habe gehört, dass es nächstes Wochenende eine Party geben wird, auf der auch Erik sein wird. Das wäre eine gute Gelegenheit für mich, um ihn wiederzusehen und vielleicht auch etwas Zeit mit ihm zu verbringen. Das klingt super. Ich werde auch da sein, also können wir gemeinsam hingehen. Das wäre toll. Aber ich denke, ich werde versuchen, etwas früher dort zu sein, damit ich Zeit habe, mit Erik zu sprechen, bevor die Party in vollem Gange ist. Das klingt vernünftig. Aber denk daran, dass du nicht die ganze Zeit mit ihm sprechen musst. Verbringe auch Zeit mit anderen Leuten und hab Spaß. Ja, das ist wichtig. Aber ich werde auch sicherstellen, dass Erik sieht, wie viel Spaß ich habe und wie gut ich aussehe. Das ist der Geist. Aber vergiss nicht, dass das Ziel der Party ist, Spaß zu haben und zu feiern. Wenn du dich zu sehr auf Erik konzentrierst, könntest du den Spaß verpassen. Ja, das verstehe ich. Aber ich denke, ich werde eine gute Balance finden können. Ich bin so aufgeregt, ihn wiederzusehen. Hey, Maria. Wie geht es dir? Wie läuft dein Deutsch lernen? Hallo, Paul. Mir geht es gut. Danke. Mein Deutsch lernen läuft langsam, aber ich mache Fortschritte. Es ist eine Herausforderung, aber ich bin motiviert, die Sprache zu lernen. Wie sieht es bei dir aus? Das freut mich zu hören, Maria. Deutsch zu lernen ist wirklich nicht einfach, aber mit der Zeit wird es besser. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst, da ich auch eine neue Sprache lerne. Welche Schwierigkeiten hast du beim Deutsch lernen? Oh ja, es ist definitiv eine Herausforderung. Besonders die Grammatik bereitet mir manchmal Schwierigkeiten. Die ganzen Fabkonjugationen und die verschiedenen Fälle sind nicht einfach zu beherrschen. Aber ich übe regelmäßig und versuche, so viel wie möglich zu sprechen. Wie gehst du mit den Schwierigkeiten beim Sprachenlernen um? Grammatik kann tatsächlich kompliziert sein, besonders in Deutsch. Eine Sache, die mir geholfen hat, ist das Üben mit Muttersprachlern. Ich versuche, so viel wie möglich zu sprechen und Fehler nicht zu fürchten, da sie zum Lernprozess dazugehören. Außerdem höre ich gerne deutsche Musik und schaue Filme auf Deutsch, um mein Hörverständnis zu verbessern. Hast du irgendwelche Tipps, die du mit mir teilen kannst? Das klingt nach guten Strategien, Paul. Ich finde es auch hilfreich, deutsche Texte zu lesen und dabei unbekannte Wörter nachzuschlagen. So erweitere ich meinen Wortschatz und bekomme ein besseres Gefühl für die Sprache. Außerdem schaue ich mir gerne deutsche Serien mit Untertiteln an, um mein Hörverständnis zu trainieren. Hast du vielleicht Empfehlungen für deutsche Bücher oder Filme? Das sind ausgezeichnete Tipps, Maria. Wenn es um Bücher geht, könntest du mit Der Vorleser von Bernhard Schlink oder Die Blechtrommel von Günter Grass beginnen. Beide sind bekannte Werke der deutschen Literatur. Was Filme angeht, könnte ich dir Goodbye, Lenin oder Das Leben der Anderen empfehlen. Sie geben interessante Einblicke in die deutsche Geschichte und Kultur. Ich hoffe, dir gefallen diese Empfehlungen. Vielen Dank für die Empfehlungen, Paul. Ich werde mir diese Werke auf jeden Fall anschauen und bin gespannt darauf. Es ist schön, solche kulturellen Aspekte der deutschen Sprache kennenzulernen. Hast du sonst noch Pläne oder Ziele in Bezug auf deine Sprachkenntnisse? Gern geschehen, Maria. Ich bin sicher, dass dir die Werke gefallen werden. In Bezug auf meine Sprachkenntnisse möchte ich weiterhin regelmäßig mit Muttersprachlern sprechen und meine Kenntnisse in spezifischen Fachbereichen vertiefen. Ich denke darüber nach, an einem Deutschkurs teilzunehmen, um noch mehr Fortschritte zu machen. Wie sieht es bei dir aus? Welche Ziele hast du für dein Deutsch lernen? Das klingt super, Paul. Es ist wichtig, sich konkrete Ziele zu setzen. Mein Hauptziel ist es, meine Deutschkenntnisse auf das Niveau B1 zu bringen, damit ich mich im Alltag gut verständigen kann. Ich plane auch, an einem Sprachaustausch teilzunehmen, um meine Sprechfertigkeiten zu verbessern. Langfristig möchte ich sogar das Goethe-Zertifikat erreichen. Es gibt also noch viel zu tun. Das hört sich nach einem soliden Plan an, Maria. Ich bin zuversichtlich, dass du deine Ziele erreichen wirst, besonders mit deiner Motivation und Ausdauer. Ein Sprachaustausch ist eine großartige Möglichkeit, deine Sprechfertigkeiten zu verbessern und neue Leute kennenzulernen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zum Goethe-Zertifikat und stehe gerne als Sprachpartner zur Verfügung, falls du Lust hast. Vielen Dank, Paul. Ich schätze deine Unterstützung wirklich. Es wäre toll, mit dir zu üben und von deinen Erfahrungen zu lernen. Gemeinsames Lernen und Sprechen machen definitiv mehr Spaß. Lass uns bald einen Termin finden, um uns auf Deutsch auszutauschen. Ich bin sicher, dass es uns beiden helfen wird, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Das hört sich großartig an, Maria. Ich bin auch begeistert von der Idee. Wir können einen Termin vereinbaren und uns regelmäßig treffen, um Deutsch zu sprechen und voneinander zu lernen. Ich bin sicher, dass wir Fortschritte machen und uns gegenseitig motivieren können. Lass uns darüber in Kontakt bleiben und den nächsten Schritt planen. Auf jeden Fall, Paul. Ich freue mich schon darauf. Lass uns unsere Kontaktdaten austauschen, damit wir uns leichter erreichen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam viel erreichen werden. Bis bald und nochmals vielen Dank für deine Unterstützung. Gern geschehen, Maria. Ich freue mich auch sehr darauf. Ich werde dir meine Kontaktdaten schicken und bin gespannt auf unsere gemeinsame Lernreise. Wir werden definitiv gute Fortschritte machen. Bis bald und viel Erfolg beim Deutsch lernen. Seid Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Arbeit in Deutschland sagt Danke.